Okay, dann würde ich sagen, machen wir auch bei Woozie weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal Woozie, soweit es geht, und dann kümmern wir uns um den Einbruch. Das klingt eigentlich nach einer Maßnahme. Das geht ja direkt hier vor der Tür weiter, na Mensch. Don Pejote. Whatever, man. Was's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fun. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay. Where did you camp? I can go and look. I took them up Marco de l'Oeste. Fantastic Sunset. Best of luck for them up there. Ein japanisches Badehaus? Das musst du mir mal zeigen. Da möchte ich auch mal hin. So, Paul und Mecca. Ja, ja. Paul und Mecca kennen wir. Beziehungsweise Mecca, glaube ich. nicht so. Zumindest ist er mir nicht so gläufig gewesen. Aber Paul kennen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich Paul Kent. Den kennen wir aus Vice City. Und der hat es tatsächlich auch nach San Andreas geschafft. Allerdings hat sich die Lage dieser Gruppierung dort nicht zum Besten gewendet. Und wir erinnern uns, Paul Kent hat Lovefist Promoted. Und genau dabei ist er geblieben. Oder nicht Promoted. Er hat sie gemanagt, glaube ich. Ja, er ist immer noch der Manager von Lovefist. Und genau um Lovefist geht es eben, die Briten. Und wir erinnern uns, die haben ein sehr großes Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sei es nun durch irgendwelche verrückten Fans, die Bomben in die Autos bauen bei denen. Oder sei es auch durch Drogenmissbrauch. Und wen wundert es, dass die Drogenmissbrauch verüben. Also wirklich. Okay. Es geht wirklich ab für uns in die Wüste. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir die beiden finden. Ich habe keine Ahnung so richtig, wo ist CJ da ansetzen. Du Arsch. War schneller als gedacht. Ich dachte, ich komme noch vor ihm. Dank. Aber ich sehe gerade, es ist sowieso nicht steil genug, um da wie auf so einer Rampe hochzunehmen. zu fahren. War vielleicht sogar ganz gut, dass er mich gerammt hat. So, dann müssen wir nochmal hier drum rum fahren. Hier kommen wir jetzt noch hoch. Ja. War so gewollt. War alles so geplant. Okay. Ja, im Sand kommen wir natürlich nicht so gut vorwärts. Es geht nach oben, wie es aussieht. Ich würde sagen, wir nehmen ein Jetpack, aber ich glaube, wir brauchen ein Auto. Wir müssen die Typen ja mit einem sacken. Und das wird mit Jetpack etwas kompliziert. Oh, das Auto macht es nicht mehr lange, glaube ich. Vielleicht soll ich nochmal wechseln. Hey, Snake Farm. Äh, die sehen wir gleich wieder. Die hat noch was damit zu tun. Werden wir gleich sehen. Oh, sieh mal an, ein Polizist. So, ich nehme mir aber mal das Auto. Jagd mich doch. Okay, dann schauen wir mal, wo genau wir hier hin müssen. Puh. Ich habe gerade so auf das Gebäude da oben geschaut. War gerade so irritiert gewesen, weil ich nicht weiß, dass das ist. Okay. Und dann müssen wir mal eine kleine Bergtour machen. Ich weiß nicht, wo wir hier am besten lang kommen. Geht das so? Das geht so. Natürlich geht das so. Okay, wunderbar. Schön, dass DJ genau weiß, wo er hin muss. Haben wir doch nochmal Glück gehabt. Und dann dürfen wir uns noch einmal rumschlagen mit den lieblichen Briten. Hallo? Hey, anybody out here? The truth sitting? Hey, over here. Hey, man, you alright? King hell. I'm fucking hanging. Stone me bloody crows. Where am I? I dunno, mate. I was having a dream. I was wanking off with some fat bird's tits when this twat's turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That coyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I've told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kiddo. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride in the town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel me legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, woo. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I've got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura's suite. Alright. Fuck off, string. Oh, charming. Alright, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. This accent is the hammer. Okay, then we're going to the car. You have to go to the car with at least two people who have to go to the car. That's right, we're going to the car. This accent is so the hammer of Mekka. Now, good. Come on with you in the house. Let's. And then we'll bring you back to Lasso Toras. Okay, and then we'll go to Mekka. But yeah, there's he's already in the car. Wo ist denn hier der Abgang? Ich hab keine Ahnung. Von wo bin ich gekommen? Ah, hier, ne? So, wo ist der Rest der Mann, Leute? Mekka, wo sind die Jungs? Ich weiß nicht, oder? Ich erinnere mich, Schnee. Viele Schnee. Es ist eine Schnee-Farm, nicht zu weit von mir. Wir können sie nachschauen. Wie gesagt, zur Schlangen-Zucht kommen wir nochmal, zur Schlangen-Farm. Die ist nochmal mit interessant in dieser Mission. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich werde schocken. Pee, was du brauchst, ist etwas Essen dringend. Ein friegelchen Sarni mit meinen Namen sahen. Alter. Schotten, ey. Oh, komm jetzt! Ja, mein Freund. Das würde ich, glaube ich, auch bei dem schottischen Spezialitäten-Angebot hier. So, dann wollen wir die beiden mal zur Snack-Farm bringen. Die ist ja gleich davon. Unser Freund hat sich jetzt auch mal entleert. Und dann schauen wir mal, was es hier so schönes gibt. Hier sind wir. Sieht ihr familiar? Looks just like sulfur to me. What are you talking about? Take a gander at them, fellas. Is that them? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now, I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm going to slap you silly, for giving me and my fellow the red bumpies. What a turner! What a turner! I'm going to fix it, to give you a weapon for what you've done to my young'e. Oh, you want this to kill me? Oh, you want this to kill me? Oh, man! Oh! Oh! Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht von den Bullen getötet werde. Oh, crap. Echt jetzt? Das ist jetzt mein Problem. Steigt ein. Ja, steigt ein. Nein. Ah. Dude. Was ist dein Problem? Ja, dann werde ich den Spaß wohl nochmal machen müssen. Wir sehen uns auf der Snake Farm wieder. Ich hasse es, wenn mir die Bullen in den Missionen dazwischen funken. Es ist immer das Gleiche. Bis gleich. So, da haben wir unsere beiden Drogenopfer wieder. Und schauen mal, ob wir diesmal ein bisschen besser klarkommen. Und ich habe beschlossen, diesmal werde ich Paul einfach mal ins Auto kotzen lassen, weil ich es kann. So, wo müssen wir denn? Maus? Maus, machst du mit? Danke. Du musst ja sein Land hier, oder? Wo ist der Rest der Mann, Leute? Maus, wo sind die Jungs? Ich weiß nicht, oder? Ich erinnere mich, dass ich Schnee, viele Schnee. Es ist eine Schnee-Farm, nicht zu weit von mir. Wir können es nachdenken. Das tun wir. So, schön um die Kurve gedriftet. Dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Du siehst so schallig als ein dröhntes Baby, Mann. Oh, oh Gott. Ich denke, ich werde schocken. P, was du brauchst? Ein bisschen Essen da unten. Nö, das meine ich nicht. Drei, oh, Drei Heves. Oh, 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 oh. Ich denke, ich bin jetzt vorbei. Wie geht es mit einem Pfeifen, das wird dir gut erholen. Geh ihn, Mann. Hey, hey, der guter Doktor war nur versucht, zu helfen. Ich bin nicht. Ich bin nicht richtig, Mann. Wir sind in Charlton? Wie viele Mal muss ich dir sagen, wir sind in Amerika? Amerika? Warte, wenn ich meine Mutter über das erzähle. Er ist wie ein verdammten Rekord. Er fragt sich über Las Venturas. Las Venturas? Ich wollte immer da gehen. Great Six. Nicht anfangen. Nicht in diesem konfisierten Raum. Bouncing, wobbling, massive Great Six. Lass dich alleine, um zu schreien. Ja, ein wunderschöner Fahrgast. Äh, Manchester, also doch nicht Schottland, aber ist ja fast das gleiche. Was? Oh, verdammt. Wir sind verstanden. Hey, kannst du warten? Ich bin um zu bergen, Mann. Ich fahr mal ein bisschen durch die Gegend. Nicht, dass er hier noch aussteigt. Ich kann dich nicht mehr halten. Hey, komm, Mann. Mach ein. Alter. Wunderschön. Okay. Jetzt haben wir alles im Auto drin, was sein muss. Kotze, Pisse. Und jetzt wird's Zeit, die Snakefarm zu besuchen. Ja. Ah. Schön die Köpfe einziehen und jetzt schnell ins Auto. Los, schneller. Schnell ins Auto. Alter. Ah, musst du jetzt mal kurz sein. So. Mecca, 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 Mecca. So, endlich. Das Caligula, ausgerechnet das Caligula, das ist nämlich das Casino der Mafia. Und genau da wollen wir jetzt hin, das ist auch großartig. Was für einen Tick hat Rosie? Großartige Sausage-Tick. Empte Sorrow-Bag oder B-Stings. Rosie ist ein Mann. Und stopp dich auf dich selbst. Das ist nur für kommentiert, Pablo. Das ist eine stressvolle Situation, Mann. Du sagst ihm, das ist. Ah, kannst du das auch? Hey, er hat es angefangen. Einen Versuch nicht mit in die Aufnahme genommen, in dem Mecca überfahren wurde, weil er nicht einsteigen wollte. Und die Bullen ihn bei ihrer Ankunft einfach über den Haufen gerotzt haben. Ja, ich dachte mir, das ist es jetzt nicht wert, einfach mit reinzunehmen. Ähm. Ich glaube, es ist ja sowas da, wie Mecca wurde getötet. Die Musikbranche wird ohne ihn nicht mehr die gleiche sein. Fand ich sehr schön. Halt, 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 halt. Das freut mich doch hier vorne. Oh, hat sie ihn auf die Fresse gelegt. Diesen Fund nehmen wir gerne mit. Das macht die Sache ein bisschen bediegender für uns. Jetzt haben wir halt wirklich fast Ruhe vor den Bullen. Tja, die Snakefarm, die hat auch mal wieder alle Vorurteile über Hillbillys bedient, die man so finden konnte. Finde ich schön. Er hat meine Schwester genagelt. Seitdem juckt's mir im Schritt von dem einen Typen. Fand ich sehr gut. Und natürlich auch das Schwein, das gebumst wird von denen. Ach, herrlich. Also da ist GTA ja sehr gut drin. Um einfach sämtliche Vorurteile mal abzugrasen, die man so finden kann. Auch die Gangbangen, den Schwarzen und, äh, Latinos sind dran hier im Spiel. Einfach großartig. Darf man natürlich alles nicht zu ernst nehmen. Aber dafür ist das Spiel ja auch da, einfach um solche Sachen zu parodieren. Gut, wir haben's geschafft. Die beiden Typen können sich endlich in Sicherheit wägen. Komm und dann. Wir gehen in und sehen Rosie. Und den kennen wir auch. Sein Haarensatz ist ein bisschen höher geworden. Ken Paul, hier zu sehen, Rosie? Hey Boss, ist jemand hier, um dich zu sehen? Oh, geh weg! Ich habe eine Migraine. Oh, Rosie-San, das ist ich, Paolo! Oh, Gott. Oh, Gott. Mein Entschuldigung ist voll. Okay, lass ihn in. Rosie, wie ist ihr, mein Kind? Ich wünsche, dass ich ein Tag, ein Tag, ich kann eschneiden, und in der Zeit, meine Perpetualt torment, und zurück in peace und comfort, ein Millionen miles entfernt, von jemandem ich überhaupt nicht kennen. Und in der Zeit, ich verstehe das. Komm, es ist mir, Kent Paul. Well, hallo, Pa. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Maka and Co. Sir. You want any speckled doves, Boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. Alright, for sure. Not you, Maka. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. Das ist also der Lohn unserer Mühen. Wir können Caligula's jetzt ein bisschen ausspähen. Und ja, wir haben eine Vice City Connection damit dort oben sitzen. Einer von Lovepist, Kent Paul. Paul Kent, wie auch immer. Kent Paul. Wer ist Kent Paul? Gibt's doch auch irgendwo, oder? Ach, was weiß ich. Ähm, und natürlich Ken Rosenberg. Der hat sich seit, weißt du, die nicht so sehr verändert. Das einzige, was sich verändert hat, ist sein Haaransatz. Der ist nämlich ein Stück höher geraten. Dafür hat er sich hinten den kleinen Pferdeschwanz wachsen lassen. Aber, äh, die Neurosen sind immer noch die gleichen. Und ich vermute mal, das wird wohl Paul sein. Ja klar, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann werden wir auch mal beginnen, den Bankraub vorzubereiten. Denn, ich bin ja jetzt nicht umsonst hierher gefahren. Ich bin ja jetzt nicht umsonst hierher gefahren.